Ja hallo Fans, jetzt habt ihr die erste Möglichkeit bei Gewinnen mit der Siegerfrage mitzumachen oder eure Frage an den Sieger vom Rennen zu stellen und ich bin überzeugt, euch fällt sicher was Gescheites ein. Also geht's rein auf die Fanpage altenmarkt-zauchensee und postet euch eine Frage und ich bin überzeugt, es verblüfft damit die Gewinnerin.